Mega-Explosion in chinesischer Millionenstadt. In dieser Fabrik bricht ein Feuer aus, dann plötzlich eine riesige Explosion. Ein Feuerball steigt auf. Augenzeugen berichten von einem dröhnenden Geräusch, unmittelbar gefolgt von Flammen, die in den Himmel schießen. Eine Hitzewelle breitet sich aus. Zwei Menschen kommen bei der Explosion ums Leben. Was genau in der Fabrikhalle hergestellt wurde und was der Auslöser der Explosion war, bisher unbekannt.